So, hat rein gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich weiß nicht mal, was die kleinen Dinger hier machen. Ich weiß nicht, was ich mal. Ich will hier eigentlich die Lampe versuchen, aber die geht nicht. Ja, aber ein kurzes Gameplay würde ich sagen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. So, ich kann den zwar nehmen und kann den hier draufwerfen, aber das bringt mir im Endeffekt alles nichts. So, guck mal her. Das war dumm. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass ich ihn irgendwie gegen die Propanflasche werfen kann und der die dann runter holt. Also, er folgt mir auf jeden Fall nicht hier durch. Das kriegt er nicht hin. Und wir werden wahrscheinlich von der anderen Seite auch nichts durchziehen können durch das kleine Loch. So, ich komme hier aber nicht. weiter. Tja. Wobei könnte er mir helfen? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich weiß nicht warum. Brennen kann er auch nicht. Was muss ich mit diesem kleinen Typen machen hier? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. hier komme ich nicht hoch und hier ist nichts. Tja. Gute Frage. Ich kann nicht viel mehr machen, oder? Hoch, runter, links, rechts. Blicken kann ich noch. Werfen, rennen. Die Frage ist, muss ich hier überhaupt weiter oder geht's dann doch hier drüben eher weiter? Ja. 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 So, zurück muss ich ja wohl nicht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ah, hier geht's weiter. Okay, das hätten wir. Ich glaube, das ist böse. Da sind noch mehr von den Dingern. So weit, so gut. Ah, ha. So weit, so gut. Okay, das haben wir auch hinter uns gelassen. Ich glaube, das sind meine Checkpoints. Also die Fackeln. Und ich glaube, der Schleim ist böse. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass der Schleim böse ist. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier weiter. Jetzt haben wir hier eine Kurbel. Ich glaube, das haben wir nicht überlebt, oder? So, aber die Frage ist doch... Wie kommen wir da durch? Okay, ich hab's geschafft. So, hier ist so ein Männchen. Gehen wir erstmal hier lang. Da ist schon der erste Riese. Okay, hier können wir auf jeden Fall nicht hochklettern. Kommt die Ratte auch wieder raus, wenn wir hier weggehen? Zum Umschauen. Ja, wahrscheinlich hinter der Tür. Das war ja klar. So, kurz anders hinsetzen. Dann können wir hier weitermachen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an diesen Hebel da drüben? Wahrscheinlich, wenn wir das hier ziehen. Ja, es ist nicht schlecht gemacht. Das muss ich zugeben. Also, mir gefällt das Spiel. Bitte. Man muss schon nachdenken. So. So. Könne ich die jetzt nicht rausziehen. So. So. Ich will da jetzt eigentlich nicht durchfallen. Ich will da jetzt eigentlich nicht durchfallen. So. Ich weiß bloß noch nicht, was wir hier machen müssen. So. 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 So.